so der tap wie auch gehen wir erstmal hier gerade aus einfach mal anschauen mal was wir hier finden nach oder war ja auch mal schnell geschichte hier der bursche haben wir nicht zu nahe der baun vogel der kann echt gut austeilen muss man sagen lasst das so 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 immerhin schon level 12 kann man haben ok ist jetzt gut hier schnauze da können wir auch ein upgrade machen und zwar hier möchte die volle punktzahl rein so dann geht es hier entlang hier 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 was quest complice nice jetzt sind wir schon jetzt sind wir dann doch mal viele ich sag mal muss das jetzt sein wenn ich hier aussortiere dinge die ich definitiv brauche so dass hier könnte man eventuell brauchen gehen vielleicht auch das hier vielleicht auch und das hier auch vielleicht vielleicht ja ja na 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 Was ist das? Ach, ein Schild. Kiste, oh, da sind Handschuhe gefallen, mal gucken, was die so können, Schilder brauchen wir sowieso nicht, oh, 25, 31 Prozent, ah, weiß ich auch nicht, obwohl, auch witzig, 10-prozentige Chance, ein Schwarm von Bienen, wenn ich getroffen werde, zu Dingsen, ach komm, den Spaß gucken wir uns mal an, die sind nicht wirklich wertvoll, aber hey, finde ich jetzt echt mal witzig, bin ich mal gespannt, wenn wir wirklich mal getroffen werden sollten, ob dann böse Bienen kommen. Noch eine Kiste, ist das hier, ein Ring, kannst du immer mitnehmen, ach komm, Freunde, echt jetzt nicht. Noch ein Küstchen. Na ja, mit den Handschuhen können wir eigentlich auch nicht so viel anfangen. Alter, ist gut hier, oder was? Arschloch. Ach. 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 ich nehme mal was ist hier denn noch los wir sind wieder fülle schilde brauchen wir aber nicht definitiv nicht können wir schon mal ganz dezent verabschieden schnauze ok dann sagt er mir in die richtung soll ich gehen ach da ist der ausgang alles klar auf in die armory ja mal eben verticken gehen würde ich sagen wir sind nämlich vollgepackt bis der arzt kommt so ok was haben wir denn hier sieben armor zehn prozent increase car speed das können wir auf jeden fall nehmen 13 wort gantt und porsche news nähe hässliche mütze er fritzende increase car speed ist vielleicht nicht so scheiße plus minion der match das sollten wir auf jeden fall anlegen 16 gott rating nähe schild sowieso nicht 1,026 bellen nekrotik der match machen wir in dem sinne nicht 3 4 spiel nein basic 3 spiel points 6 million neun armer 6 1 intelligence 1 strength 10 prozenten krisen als generation neun armer sieben prozent increase ja das kann man noch mal machen das ergibt sind alles nix tolles ne so dann geht es wieder zurück hier kommt auch klein boss frei ja 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 ist jetzt mal gut hier Freunde Aua Seien das Ich sagte, dass gut ist, Freunde. Echt jetzt. Wie lange sollen das jetzt hier noch gehen? Aha Wollte ich auch mal Zeit Aua Spinst wohl Huch, daneben geklickt Aua, Aua, Aua Spinst wohl Oh, der hat mein Dickerchen weggemacht, das kann ich nicht gut reißen Ja, allerdings Aber das kann er nicht gewinnen Arschloch Manchmal muss man einfach nur weglaufen und einfach die Sklette spawnen Dann ist das okay So, du wolltest mich also aufhalten, du Arsch Visite Crafting Forge Screen at any time to upgrade Ja, ja, ist okay Will ich jetzt aber nicht